So, da bin ich wieder heute mit einem weiteren Avalanche Video. Ich habe gesagt, wenn das nächste Projekt auf dem Launchpad startet, werde ich den ganzen Registrierungsprozess aufzeichnen, euch nochmal genau erklären. Und das mache ich heute auch. Wir schauen uns nämlich heute an Heroes Chained. Es ist ein Fantasy RPG Game auf der Blockchain. Aber die genauen Details schauen wir uns jetzt gleich an. Also starten wir ins Video. So, im Hintergrund könnt ihr schon die Avalanche Webseite sehen. Hier sehen wir jetzt schon Heroes Chained. Diesmal ist es ein Pre-Sale. Wir schauen uns das jetzt ganz genau an. Also 35 Cent wird ein Token kosten. 0,0037 AVAX. Das heißt, es ist wie gesagt ein Pre-Sale und kein Airdrop wie beim letzten Mal. Also hier werden nicht einfach die Tokens hergeschenkt wie beim letzten, wie beim ESA Airdrop. Sondern hier ist es ein Pre-Sale wie gesagt. Und hier werden die Tokens wirklich gekauft. Das bedeutet neben dem einen AVAX Fund, den man fürs Registrieren braucht und ein XAVA, den man staken muss, braucht man dann auch noch ein bisschen AVAX, um sich die Tokens zu kaufen. Aber das schauen wir uns gleich bei der Registrierung jetzt an. Ja, wir sind jetzt in der ersten Phase, in der Registrierungsphase. Die läuft jetzt noch 20 Stunden und 35 Minuten. Gestern habe ich vom Projekt erfahren. Ich habe es gleich auf Twitter gepostet. Also wir befinden uns jetzt in der ersten Phase, der Registrierungsphase. Jetzt im Moment haben wir noch 20 Stunden und 35 Minuten Zeit. Wenn das Video rauskommt, wird es nicht mehr ganz 20 Stunden sein. Ja, und wenn diese Zeit dann abgelaufen ist, dann schließt die Registrierung. Das sehen wir hier. Ja, und der Pre-Sale startet. Dann dürfen die Validator kaufen. Dann dürfen die Staker kaufen. Und dann endet der Sale, ja, am 18. Nicht vergessen, bei der Registrierung hinterlegt ihr ja auch ein Pfand. Das heißt, ihr solltet unbedingt dann auch wieder claimen und diese Zeitpunkte gut im Auge behalten und nicht vergessen. Wenn ihr mitmacht, am besten eine Erinnerung schreiben oder in den Kalender eintragen, dass man es auf jeden Fall nicht vergisst. Und jetzt schauen wir uns die Token-Info an. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Projekt. Schauen wir uns mal zuerst die Website an, um was es da genau geht. Also wir haben hier die Heroes Chained Webseite. Es wird anscheinend ein komplexeres Blockchain Game mit Bauen, Battle und Exploren. Ja, also ein RPG. Es soll natürlich Play to Earn werden, aber es soll lustig sein. Auf jeden Fall haben sie gemeint. Es sollen NFTs mit Nutzen kommen, also Heroes, Lender, Items und Spells als NFTs. Ich finde die Grafiken schauen schon mal cool aus auf jeden Fall. Ein paar NFT Artworks gibt es auch schon von dem Spiel. Ich frage mich, ob das In-Game Grafik wäre. Dann wäre die Grafik gar nicht so übel, muss man sagen. Weil die normalen Blockchain Games sind ja eigentlich grafisch meistens nicht so prickelnd. Ja gut, das schaut jetzt wiederum nicht so toll aus. Aber ja, man muss sich das Game anschauen, wenn es dann draußen ist auch. Sie haben auf jeden Fall ein paar gute Teammitglieder dabei. Ehemalige Blizzard Mitarbeiter. Riot Games. EA Sports. Von Unity. Darauf werden ganz viele Spiele entwickelt. Von Bethesda. Von Netflix. Der eine hat sogar bei DreamWorks gearbeitet. Ja, und noch ein paar andere Softwarefirmen. Auf jeden Fall, wir können uns das Team mal anschauen. Das Team ist auf jeden Fall besser besetzt als so manch anderes Blockchain-Game. Die Leute haben alle in der Gaming-Industrie schon gearbeitet. Der eine war sogar bei Blizzard Senior 3D-Modeller. Die haben auf jeden Fall alle schon einen Background in der Spieleindustrie. Also es ist kein anonymes Projekt. Man kennt die Leute, die daran entwickeln. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was zu den Tokenomics. Also für Rewards und Staking werden 40% verwendet. Pre-Seed-Phase waren 6,75%. Seed-Phase, Private Sale, Public Token Sale. Team Advisors haben 20% bekommen. Aber alles mit Sperren. Also die können nicht einfach jetzt alles stampen. Sondern die haben gewisse Auflagen, wie lange sie die Tokens halten müssen. Ja, hier wird es nochmal genauer aufgeschlüsselt. Hier sehen wir auch nochmal die Unterstützer vom Projekt. Also es ist tief im Avalanche-Netzwerk verwurzelt. Und OKEx hat sie anscheinend auch schon entdeckt und sich auch schon beteiligt. Oft gehen Exchanges her. Ganz früh in vielversprechende Projekte und versuchen sich natürlich auch Anteile zu sichern. Also kurz nochmal zusammengefasst. Es ist ein Blockchain-Game, ein RPG-Game, wo es NFTs geben wird. Für Heroes, Ethems, Spells etc. In dem Spiel Geld verdienen. Also es ist Play to Earn. Indem man Quests macht, Monster tötet, gegen andere Spieler kämpft, auf Erforschungsreise geht. Das Team ist auf jeden Fall gut aufgestellt. Wir schauen uns auch gleich die Roadmap an. Und wann das Spiel dann auch tatsächlich dann erscheinen soll. Jetzt noch kurz zu den Token-Infos. Also insgesamt wird es 100 Millionen Tokens geben. In diesem ersten Sale werden 2,86 Millionen Tokens verkauft. Zu einem Preis von 35 Cent. Was ungefähr 1 Million ist. Auf Avalanche haben wir auch noch ein kleines Summary. Das können wir auch noch einmal kurz durchschauen. Und ja, hier sieht man auch nochmal die Tokenomics. Wer wie viel von was erhält. Dann sehen wir hier die Roadmap. Die ist nämlich ganz interessant. Ja, das Ganze hat in Q2 2021 gestartet. Da haben sie das Team aufgebaut. Die Idee zusammengestellt. In Q3 haben sie dann die Entwicklerteame zusammengestellt. Das Game Design Release. Und haben mit der Entwicklung gestartet. In Q4 haben sie dann AVAX als ihr Mainnet gewählt. Dann gab es ein bisschen mehr Concept Art. Ein Initial Hero Character Release. Und einen Private Sale. Ja, dann Q1 2022, wo wir uns gerade befinden. Also Public ICO, da sind wir gerade. Danach wird der Start von den NFT Sales beginnen. Also von den NFT Verkäufen. Anscheinend wird man auch Land in dem Spiel kaufen können. Und ja, Wallet Support kommt auch für Q1 2022. Q2 2022, das wird dann eine spannende Phase. Da haben wir dann die Beta Release. Da wird man das Spiel schon antesten können. Dann wird es ein Fair Drop und ein Bounty Programm geben. Wenn man neue Leute auf das Spiel aufmerksam macht. Und Freunde addet, etc. Wie bei den anderen Blockchain Games. Dann kommt noch die Hero Chain Wallet Beta Release. Und Hero Chain Marktplatz Beta Release. Also es wird einen Marktplatz geben, um dann diese Länder, Items und Space zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob man Space auch verkaufen kann. Aber das wird man dann sehen. Also sie wollen alles gleichzeitig launchen. Also manche Projekte machen das so, dass sie das Stück für Stück launchen. Sie wollen das alles in Q3 2022 launchen. In Q4 wollen sie dann auch schon ein Expansion Pack rausbringen. Was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich eine kleine Erweiterung. Und sie wollen ein Governance Modul einbauen. Das heißt, die Leute werden dann selbst bestimmen können, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Und je nachdem, wie viele Tokens sie erhalten, dann voten können. Dieses Governance Modul wird dann zwar erst in 2023 released. Aber es deutet schon darauf hin, dass es ein cooles Community Projekt wird. Wo dann die Leute selbst ein bisschen mitbestimmen können, in welche Richtung das Spiel geht. Aber gut, das liegt jetzt noch so weit in der Zukunft alles. Da müssen sie jetzt mal erst mal zeigen, dass sie das alles hinbekommen in 2022. Das Team ist auf jeden Fall stark. Stärker als bei manch anderen Blockchain Games. Und ist eigentlich vielversprechend vom Team her. Und hier haben wir noch ein bisschen Artwork. Ich zoome da ein bisschen für euch rein. Also es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, muss man sagen. Auch diese In-Game 3D Modelle schauen sehr geil aus. Also hat man richtig Lust, sich das Spiel mal anzuschauen. Und wenn das wirklich In-Game Grafik ist, muss ich sagen, ist für ein Blockchain Game schon sehr gut. Gut, ich frage mich, wie der Kass, also ja, die Handschuhe schauen auch interessant aus. Ob das jetzt eine Waffe sein wird gleich? Ja, wahrscheinlich. Ein Kampfhandschuh. Ähm, ja. Ein Video gibt es auch schon auf YouTube. Ein bisschen, eine kurze In-Game Szene sieht man. Aber eigentlich ist es auch nur Artwork zusammengeschnitten mit ein bisschen Musik. Aber gut, jetzt kommen wir zum Registrierungsprozess. Den gehen wir jetzt zusammen durch, damit sich auch jeder auskennt. Also, wie vorher erwähnt, wir müssen unsere Xaver jetzt erstmal staken. Ein paar Xaver haben wir jetzt im Stake. Ich mache jetzt den Prozess jetzt nochmal mit 12 Xaver. Wir legen die jetzt in den Stake hinein. Und depositen die Xaver. Müssen dann nochmal im Metamask die Transaktion bestätigen. Und dann ist es eigentlich auch gleich durch. Und unsere Xaver sind gestaked. Wenn wir die Xaver gestaked haben, haben wir die Berechtigung am Pre-Sale teilzunehmen. Je mehr Xaver ihr gestaked habt, desto mehr Tokens könnt ihr im Pre-Sale dann erwerben. So, jetzt gehen wir unter Sales auf den Heroes Chained Sale. Haben hier dort den Register Button. Jetzt werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass es ein AVAX an Pfand gibt. Der verschwindet, falls man nicht seinen Pre-Sale kauft. Das heißt, nur wenn ihr wirklich daran teilnehmen wollt, registriert euch dafür. Weil ihr hinterlegt jetzt dann gleich einen AVAX als Pfand. Und nur wenn ihr euren Pre-Sale abholt und auch wirklich den Pre-Sale was kauft, bekommt ihr euren AVAX zurück. Also bedenkt das immer, macht da wirklich nur mit, wenn ihr genug AVAX habt und auch wirklich mitmachen wollt. Und das nicht vergesst und an einem Tag auch dann Zeit habt. Dann alles bestätigen. Dann muss man noch so ein paar lustige Bilder anklicken. Das kennt man eh. Und dann ist man auch schon durch. Ja, manchmal kommt es auch zweimal. Ist ein bisschen nervig, aber man klickt dann einfach weiter. Hier müssen wir jetzt dann noch Staking auswählen. Wir sind kein Validator, wir sind ein Staker. Und klicken einfach auf Staking. Und jetzt rennt das auch schon. Jetzt müssen wir unseren einen AVAX als Pfand hinterlegen. Wir müssen auf Bestätigen drücken. Und dann ist der eine AVAX als Pfand hinterlegt. Wie gesagt, bitte wirklich nur mitmachen, wenn man vor hat, am Sale teilzunehmen. Ansonsten verliert man dann seinen AVAX, wenn man das Ganze vergisst etc. Jetzt rennt das durch. Wenn das durch ist, haben wir es auch schon geschafft. Ich sage jetzt schon mal, das war es von diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können. Sobald wir die Tokens dann kaufen, werde ich noch ein Video machen. Jetzt sehen wir es auch schon. Registration completed. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung. BR 2018